freunde herzlich willkommen zur zweiten folge von wwe 2k 15 my career mode hier mit unserem neu erstellten wrestler aj dynamite ja ja das erste mesh im performance center erfolgreich bestritten hat der sind sieg durch pinfall geholt hat und ich wollte euch mal ein bisschen was zeigen wir können uns im verlaufe des spiels mit tp können wir uns ja fähigkeiten kaufen ihr seht es gibt den sprung im kombo es gibt den publikumsliebling das unbewegliche objekt und den sprecher uns geht auch weiter runter move deep gibt es noch pincombo entkommen schonungslose aggression agression teamwork techniker und ja das alles können wir in drei stufen system hier kaufen mit wie gesagt mit 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 tp und dann gibt es auch noch die talente es gibt hier den action ddt also es gibt hier um die momente die wir halt mit dem vc kaufen können es gibt ja möglichkeiten hier sich noch zu verbessern den kombotreffer zum beispiel eine vierer schlag kombo wird wahrscheinlich eines der ersten sachen sein die ich mir kaufe das come back cockscrew leg drop double finisher das heißt wir können mit dem wrestler zwei finisher auswählen anstatt nur ein illumination chamber wahnsinn ausbrecher könig und 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 also hier gibt es unglaublich viele möglichkeiten das muss ich sagen macht ja hier haben wir es schon gesehen training mit rest lang können wir uns kaufen wahrscheinlich ja genau um moves dazu zu lernen sehr geil manager können wir uns auch kaufen später dann mal also freue ich mich richtig freuen da freue ich mich richtig darauf wie es weitergeht jetzt aber zurück ins performance center wir bestreiten hoffentlich gleich unser nächstes match und hier sehen wir gerade bow dallas einen der wrestler ja aus der neuesten generation die ich absolut überhaupt nicht leiden kann ray rich unser heutiger gegner der gleich erstmal zum shane hier ansetzen da ist es sehr schön zack haben wir uns befreit verdammt jetzt war er schneller das system ich weiß nicht ob es auf dauer interessant das aber montan macht es spaß es macht das ganze realistisch hat dieses ganze hin und her freunde es ist schon wahnsinnig geil und auch die animationen die gefallen mir bis jetzt sehr sehr gut komm bleib in der ecke auch kommen komm pack ihn in die ecke wunderbar so soll es sein so und jetzt die schulterblocks in der ring ecke hier am tor und bückel zack sehr geil freunde aber hier billy dem ort erzählt anscheinend immer nur das gleiche das fällt mir jetzt schon mal auf die erste kritikpunkte an dem spiel das hätte man sicherlich anders lösen können aber gut na was wird es jetzt der suplex jawoll ski schöner suplex gegen ray rich vielleicht können wir auch mal ein submission move ansetzen oder geht das noch genauso ja sehr wohl ich weiß alles gesagt wie viel es geht ich glaube ich muss schnell x drücken bin mir aber nicht sicher so wir lassen ihn mal los bevor er uns kontert aber viel zu früh mit der kloslein komm schon was wird das jetzt was wird das jetzt ah sehr schön gekontert freunde und jetzt kommt die kloslein nein wieder mit einem powerslam dieses mal gekontert richtig gut gemacht hier von rich fängt ja an seine combo zu starten und so soll es ja auch sein freunde das match soll ja natürlich spannend sein so werde ich das versuch es natürlich auch immer zu halten auch wenn das jetzt gerade nicht unbedingt mit absicht ist komm ah schöner schlag hier wo will ich denn hin und jetzt kommt glaube ich der suplex von ray jawoll schön ausgeführt haben wir leider nicht kontern können ich glaube wir sind gerade so ein bisschen angeschlagen jetzt können endlich kontern doch komm zack one two ja komm wir sind echt noch extrem langsam freunde das ist eines der wichtigsten sachen die ich ändern muss und wieder powerslam hier den wir nicht kontern konnten attacken jetzt gegen den arm um uns zu schwächen komm schon ich krieg gerade das timing so unglaublich schlecht hin sehr schön jetzt aber wunderbar schöner ddt was kommt jetzt ist schön ist es auch dass er den gegner automatisch so ein bisschen in die ringmitte fixiert übrigens eben schöne kloslein noch mal gesehen one hand spine bester könnte das gewesen sein bin ich mir nicht ganz sicher und back drop hier und jetzt sollten wir wieder ein bisschen aufpassen hier was unsere ausdauer angeht einfach mal ein starker punch der aber gekontert wird wir hängen in den seilen freunde wir hängen in den seilen was macht er mit uns was macht er mit uns ein backdrop ganz einfach ja also ihr seht wir haben wirklich momentan nur die einfachsten droppen einfachsten moves drauf mal abgesehen von diesen whirlpoolslam da ich weiß er heißt nicht whirlpoolslam ich weiß gerade nicht wie er heißt spielt auch gerade keine rolle so noch mal zuplex gegen ray jawohl und dann hoffentlich können wir jetzt sehen die sick ansetzen und jawohl was wird's backbreaker und wir sind ziemlich angeschlagen freunde wir sind angeschlagen und um eine special auszuführen brauchen wir mehr als 50 prozent ausdauer jetzt gibt es reichen geladener finisher jawohl wir machen uns bereit wir machen uns bereit ray steht langsam auf und 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 der alabama slam angesetzt da ist er und der power pin freunde der power pin direkt nach dem finisher one two three und da ist es aus dem freunde da ist es aus der zweite sieg im zweiten match und wieder ein unglaubliches match hier haben 42 tp bekommen dieses mal relativ wenig warum weiß ich gar nicht match gesamtpunkte 5830 vc bekommen wir noch nicht denn hier im performance center verdienen wir eben noch nichts klar wenn die woche denn vorbei ist dann kriegen wir 1250 aber ansonsten ja hier können wir anpassen wieso kann ich jetzt nicht also ich kann das performance sind ach so ich verstehe ich hoffe ich bin jetzt nicht rausgegangen ne alles klar kannst einmal pro woche kannst du das performance center machen eben zu trainieren und was sagt hier bilder mords du hast dein erstes match performance center geschafft bleib konzentriert und versuche so viel wie möglich zu lernen check vierte woche zweite woche vierte woche so dann würde ich mal sagen springen wir jetzt ganz einfach zum ersten beziehungsweise zum nächsten event ist die key to a memorable match the more times repeat a move the less sp you will earn so keep your matches fresh by trying to vary your offense with different moves signature moves and finishes are different from all other moves you actually gain more sp the more times you use a signature move or your finisher these type of moves excite the crowd so use them as often as possible alles klar freunde ich hoffe ihr habt es gehört ansonsten konnte man es ja links lesen wir sollen jetzt auf jeden fall im nächsten match hier zwei standgriffe machen dafür kriegen wir 100 tp äh ein ich kann das wort nicht aussprechen echt nicht signature move und ein finisher und ich denke oh ray rich ist wieder unser gegner das ist jetzt ein bisschen doof dass wir den schon im performance center hatten so jetzt hier wieder der ketten griff zack wehrt sich mein gegner gerade überhaupt kommt mir gerade nicht so vor freunde komm und wieder hoch also irgendwie habe ich das gefühl meistens ist es bis jetzt unten rechts ah nee jetzt ist es mal unten links wow ich würde gerne mal was anderes machen aber ich weiß noch nicht so ganz genau wie freunde ich weiß es noch nicht auf jeden fall haben wir hier unseren gegner müsste rich gut im griff oh jetzt jetzt fängt er mal an aber das wurde sofort unterbunden hier ah jetzt endlich sehr schön was wurde der suplex der suplex hier in der ringmitte wir können so ein bisschen auch die richtung entscheiden relativ richtung beeinflussen entscheiden nicht wirklich und jetzt die close line wenn ich mir das richtig gemerkt habe jawohl schön mit der close line die elbow pads auch genau auf der richtigen seite so war es nämlich gedacht eben für die close line ein move den ich sehr 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 gerne mag deswegen auch gleich nochmal obwohl es eher langweiliger ist aber egal so wir versuchen jetzt mal jawohl in die ring ecke denn wir wollen ja mal ein paar richtig coole moves machen setzen hin hier aufs oberste seil und was kommt dann für ein move der superplex nein arm track wunderschöner arm track hier vom ja zweiten seil sehr 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 geil jetzt der irish whip in die seile und move dessen namen ich nicht weiß ich kenne auch nicht alle moves wie gesagt ich bin auch so ein bisschen langsam eingerostet was mein wrestling wissen anbelangt was die ganzen move namen anbelangen vor allem weil die irgendwie auch in jedem wwe teil geändert werden schöner spinebuster hier aber Freunde das kriegen wir mit der zeit sicherlich hin ja ich glaube jetzt habe ich noch mal ein suplex wollte ich eigentlich nicht früher gab es so eine aktion wenn man ihn hier in die ring ecke schleift aber ne es sieht nicht mehr danach aus es sieht nicht mehr danach aus schöner starker schlag hier und jetzt erholen wir uns erstmal ein bisschen jetzt müssen wir uns ein bisschen erholen wir haben schon wieder überhaupt nicht auf die ausdauer geachtet zack schöner running move hier double hand in den rücken ja und wir sind schon wieder in der letzten stufe angelangt was war das denn jetzt verdammt da hat er uns ausnahmsweise mal erwischt komm schon steh auf auch das timing hier also wie das da steht finde ich extrem nützlich und was gibt es jetzt wieder jetzt gibt es wieder den backbreaker Freunde wir sollten mal vielleicht auch ein bisschen taunten so komm schon steh auf mein Freund da close line versuch wurde allerdings gekontert und eine powerslamp umgewandelt auch einer der moves die ich sehr sehr gerne mag und wahrscheinlich werde ich ihm den auch geben wenn möglich ich weiß noch nicht wie das ganze abläuft wie ich meine moves bestimmen kann aber ja ich denke mal randy orton wäre da der richtige ansprechpartner oh schöner schlag zu langsam jetzt aber komm Freunde zack zack und alabama slum zack der power pin hinterher jawoll 1 2 und wir brechen den pin ab Freunde wir spielen noch ein bisschen mit unserem Gegner wollen hier natürlich noch den ein oder anderen move zeigen schöne move hier ähm was können wir da noch machen so und das ganze jetzt noch mit der schlagtaste zack headbutt na sehr schön jetzt hier rein komm in die ringseile und wieder die elbows in den rücken und Richard absolut nichts zu sagen was wir überhaupt noch nicht gemacht haben ist hier von hier oben den move zu zeigen wir springen und ich glaube aber er hat getroffen er hat glaube ich getroffen und jetzt setzen wir nochmal den pin an 1 2 3 und das war's Freunde sieg für AJ Dynamite sehr sehr geil ja und ich hoffe wir haben alle seine wünsche erfüllt unglaubliches match wieder einmal hin und her 190 signature move 1700 300 für unvergessliche Momente großes drama 2300 ja match gesamtpunkte 6100 talentpunkte 133 bekommen insgesamt jetzt 275 das heißt 375 sehr geil das heißt wir können jetzt ordentlich was ändern 475 was ist denn jetzt los 475 wow Freunde es geht aufwärts das heißt wir können unseren wrestler gleich noch mal ein bisschen verbessern das würde ich sagen machen wir noch zusammen und dann ja beende ich die Folge ähm schubi du wupp bappi du wupp dreieck verbessern eigenschaften so äh armkraft beeinflusst den durchschlag ja das können wir auch mal fünf machen beine brauchen wir nicht unbedingt zähigkeit können wir glaube ich auch nachlassen wir setzen das bewegungstempo mal ein bisschen hoch denn das ist mir echt noch zu langsam so Agilität Klettertempo können wir auch fünf hochsetzen Stärke Ausdauer ist in Ordnung ist in Ordnung Schadenserholung Schwung können wir auch noch mal ein bisschen hochsetzen Schlag und Griffreversal sieht gut aus Sprungreversal können wir auch noch mal fünf hochsetzen Kettenwrestling war ich eigentlich schon ganz zufrieden mit können wir noch mal fünf hochsetzen so Griffoffensive das ist der äh der Schaden machen wir das wieder runter es ist der Schadendurchgriffe hier noch mal den Schaden durch das Laufen ein bisschen erhöht und ja wir sind genau bei null perfekt mal schauen was wir jetzt für eine Gesamtstärke haben Freunde 57 es wurde langsam so das war es jetzt auf jeden Fall Freunde ich verabschiede mich sage danke fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat Abo und Like nicht vergessen und ansonsten sage ich macht's gut bis zur nächsten Folge euer Nation Zero